Oh, ich komm dir mal entgegen, ne? Guck, da kamen Morde grad eben noch an und wollt mir den Killsteam, ne? Hast du's gesehen? Warte mal, warte mal kurz. Kein Plan. Gucken wir, glaub ich, oder so. Ähm. So, jetzt hab ich meinen Heilpott eingesetzt, was nicht beabsichtigt war. Oh, jetzt hat er mir wieder den... Ich morde, ne? Schön und guter Tank, aber irgendwie, ne? Nicht so meins. Naja. Ich spiel ja gar mal 15 Minuten mehr. Wer weiß, was hier vielleicht... Vielleicht wird er ja noch gewöhnt sein. Ich sollte mir wieder Majais. Ich vergesse mir immer wieder Majais zu holen. Oh, ey, wieso klinge ich die ganze Zeit mal hin? Ich bin... Mache es doch aus. Mensch, ich hab meins auch nicht aus. Nein, ich gern mich nicht dran. Irgendwann geben sie es auf. So. Ich bin so beliebt, ne, Jungs. Ich bin so busy. Easy, busy. Wieso? Ach, machst du schon wieder den Drachen? Ja. Geil. Also den Drachen immer machen, wenn es wirklich geht, weil... Der ist top. Vor allem, das hilft dem ganzen Team weiter. Das ist richtig geil. Ich mein, ähm... Vor allem nach dem Patch, der bringt 240 Gold Leute. Die Teammates, die wissen das leider nicht zu schätzen, die sind Jungle Warwick. Die merken nicht, dass sie immer wieder 240 durch mich kriegen. Aber naja, es stärkt mein Ego ungemein. Ja, so nachträglich ist ein zweifeliges Geschenk. Ja, so nachträglich ist ein zweifeliges Geschenk. Ja, was macht Akali denn jetzt? Ey, ich hasse ja solche Leute, ne? Doch, machen die doch immer, oder? Ne, doch nicht, die ist ein bisschen schlau. Ja, die Ash. Was war Mordi denn jetzt? Die kommen alle mit, oder was? Ey, ich bin mir mal den Mordi, ne? Doros, ja, da, Karl Jels. Chlorich Unterstützung. Na, Chlorich. Ist das die mit dem Skin? Jo. Sag mich für's jetzt. Oha. Ja, da ist nichts, Kind bevor es will, ne? Ja, nicht so über mir. Ja, ich bin. Oh, Leute, guck mal, guck den mal Amuhu an. Ich will nicht sagen, ne? Äh, ich bin unterwegs. Ja, komm, bitte, ich sing's aus, bestimmt wieder im Busch. Sonst würde er nicht so küschen. Nee, aber, sing's auch nicht in uns, sing's auch aus oben. Wenn ich dann versuche, ihn mir zu holen. Ja, geh mal drauf. Ich glaub, dann schaff's noch nicht mehr, mehr zu kommen. Ja, ich bin ja auch, okay, so, okay. Oh, ich bin ja auch, okay, so, okay. Oh, ich bin ja auch, okay, so, okay. Wo ist unser lieber Mann? Ja, meine Teammates, die... ...braucht meine Unterstützung. Da mach ich mich doch mal wieder weg. Oh, ich hasse ja diesen... Na, die bringt nicht viel vom Gangplank, ne? Ja, das ist auch, okay, das war ich. Naja, die kommen alle zu mir, so wie immer. Boah, guck mal, jetzt bekommen sie wirklich alle. Ja, ja, Jungs, ihr müsst nicht pingen. Keiner, keiner bleibt oben. Ich versteh's nicht. Ja, okay, Marcel kümmert sich unten. Ja, das war ein Fehler, die haben sich getrennt. Ich versteh jetzt nicht, warum alle... Oh nein, das war ein Fehler von mir. Geil. Aber dass die nicht schnell rennen, unsere Freunde, ne? Die kommen immer dann, wenn die Gegner halbgeschwächt sind. Ja, vor allem, was bringt's denn, wenn die da jetzt alle in der Mitte laufen und... So was soll's auch geben. Nein, weil wollen wir nicht meckern, wollen wir mal ein bisschen lustig sein, ne? Obwohl ich gestorben bin. Zum dritten Mal. Ja, das regt mich, das ist mein Durchschnitt. Ich verstehe das gar nicht, das ist der hier Lampenfieber. Das ist schon hier, energischbar Lampenfieber, ist das. Es gibt ja keine normalen Glühwände, ne? Da gibt's nicht mehr zu kaufen. Nee. Das ist irgendwie auch schleißig, ich hasse diese Lichter richtig, ne? Die sind zu kalt. Die brauchen eine halbe Stunde, bis jetzt muss ich anwählen. Kannst mal, kannst mal im Tabakil, ich brauch 30 Gold. Ja. Bin dabei. Oh, und sagt Karin unten. Fast gengelt. Oh, die wartet noch 10 Gold ab. Aber mir geht das nicht in Sekunden, bei mir heißt das Gold. Ich warte 10 Gold ab. So, da ist schon die Asch, das heißt, ich verziehe mich. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht kriege, nein. Ähm, Missing Zone, äh. So, ich werd jetzt auch mal, ich werd jetzt auch mal auf Killjagd gehen, ne? Mit meinem Seelenstähler. Dein Seelenstähler. Mach das. Lass, mal oben, lass mal oben, hast du Ultima Ready? Na gut, lass mal oben. Ja, ich wollte mir zwei gerade in Blutsch. Oh, oh, da, da kommen sie schon. Ja, lass, lock sie, lock sie, lock sie in Busch, lock sie in Busch. Oh, geil. Dem, keine Ahnung, was auf sie zukommt. Nee, oben, oben, muss den Sau. Komm, komm, auf sie, Saus. Na gut. Mann, bitte, lass ihn, bitte, mir, lass ihn, bitte, mir. Nee, du, nee, hol du ihn, dir. Oder nee, lass ihn mir. Ja, was denn? Ja, danke, gell. So, ähm. Jetzt bitte. Ja, also Patrick will ich nicht bespielen, also seitdem ich das Spiel angefangen habe, ich spiele Patrick will nicht zusammen mit Marcel. Das heißt, wir sind eigentlich schon ein recht gutes Team. Äh, komm her, ich hoffe nicht so an. Eigentlich können wir ja unseren Tower holen. Ja, lass mal. Ja, guck dir mal den Gangplank an, der ist viel netter. Ja, ja. Das auf jeden Fall. So, ähm. Ich kann also was machen. Ich glaub, ich hab das schon gesagt, dass ich mir jetzt, ähm... Tada, Angriff, Schaden. Gut, dass ich mir den jetzt hole. Aber erst mal ganz ein Tower hier, ne? Marcel, wir sind doch auch an den Tower. Ja, Marcel ist vor allem so geil, weil er immer so unwillmeck Tower kaputt macht. Ja, weil er einfach wenig redet. Überraschungs-Effekt, glaub ich, da nicht. Ja, wir sind aber deine Freunde und kannst das ruhig sagen. Marcel, wir sind in deinem Team. Ja, aber... Ich muss euch doch auch ein bisschen überraschen. Krieg doch schon so wen. Äh, ich wollen auch Ash. Ich glaub, der Ash denkt immer, dieser Habicht zieht das ab. Ey. Sie schießt immer direkt auf dich. Ja, ach. Das war auf dich. Ich kann's dann. Ja, ich hab auch mein Ulti ready. Auf Akali? Ich hab Ash gestern. Okay, auf Akali. Das war jetzt fein. Da bin ich zufrieden. Okay, go, 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 go. Okay, ich bin auch wahrscheinlich noch toll, wenn ich das nicht schreibe. Ne, lebe das noch dank meiner Ulti. Egal, das Leben muss weitergehen. Ja. So, jetzt soll ich mir den Blutdöster, danach kaufe ich... Oh, den kann ich mir sogar schon leisten. Direct Bluts. So. Jetzt hab ich Blutdöster. Ich kann mal jemand übernehmen, ich muss base. Ja, Akali kommt. Und Mord auch gut. Oh, pass auf, was der gleich ist. Ich seh schon ein bisschen, es auch kommt gleich. Der Drast ist ja da. Jo, hol ich mehr. Alles Chlor. Also, und ab einem gewissen Zeitpunkt sollte man das Creepen dann noch lassen. Denn, also, Patrick, wie mach ich das eigentlich immer? Ich weiß nicht, du hast so ein Gefühl irgendwie. Ja, ich guck immer, wie es gerade läuft in dem Team. Dann helfe ich, dann gehe ich aber zu Creepen. Und ja, mitten im Game irgendwann, dann höre ich halt auf. Ich habe komplett auf mit Creepen und, ähm, ohne nur noch. Na ja, hier. Wenn man mit Dings, ne? Ich gehe mal oben, sie saugen. Und nee, oder hier Gangplank. Nein, ich habe Dings-Gefäng. Ähm, kann wir runterkommen? Ich brauche jemand noch, bitte. Ich habe gerade oben zu tun. Und das ist Fail. Fail, fail, fail. Oh, sehr nice. Oh, sehr, sehr nice. Haben wir den Drachen sogar noch bekommen? Äh, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ja, haben wir. Da muss ich mich erstmal bedanken. Wieso? Der Morde hat mir gerade meinen Arsch gerettet. Ach. Das ist halt, denke ich, eine Aufgabe. Echt? Ja, nur wie oft sieht man, dass das einem wirklich geholfen wird, ne? Ja, immer so bei, bei random-mates sehr, 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 aber habt ihr das gar nicht gesagt? Ja, das war echt. Das war doch eine geile, das ist einfach nicht. Um sie zu gut, das kannst du mal oben, wenn du fertig bist mit Creepen so oben, bis in Beobachtung, so rum, die schon alles sind, oben, was? Ja, die haben hier sogar den Tower kaputt. Ich würde mal sagen, ach und, ist auch schon der Tower kaputt. Ich mache jetzt erstmal mit. Ja, ich haue ja kurz die Creeps in den Moment. Und der ist auch down. Hoppala. Hm, das ist los. Oh, da ist doch jemand gerade in den Busch gerannt. Ich habe mal nur Ulti-Ready, ich will mir jetzt noch kurz den Waffen ankommen. Oh nein, ich renne da noch rein in die Suppe, ey. Das war so klar. Na, beide, klar ist immer noch keine Hilfe mehr. Mordecaiser steht da unten, Akali steht da oben. Total gefeiert, die beiden. Sie steht auf 16, ne? Also, ich muss jetzt mal sagen, Patrick ist eigentlich der, echt wirklich der Beste von uns dreien. Und wenn ich mir jetzt mal so da ins Setzer gucke, 7, 4, 7, 7, 4, 6, das ist echt selten, dass sowas ist. Weil normalerweise ist er derjenige, der, ja... Was hast du sonst so fürs jetzt 13, 2, 4, 4, 4, 4, mit Flatt, mit Flatt hab ich 24er und 20er immer. Aber mit Span so 17, 12, 17, oh, 17, so. Marcel, ich komm herunter. Jo. Allerdings weiß ich nicht, ob ich mich da rein-trag. Aber ich bin echt schon oft gestorben, so viermal ist echt schon viel für mich. Ja, vor allem zu Beginn, ne? Ja. So, naja, das Vorfeld ist er. Das hier dringend-tower, den definiert er, wird, wird nicht kaputt, ja. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf... Lass mal, lassen wir die ganzen Gegner killen, dann können wir in Ruhe mitpushen. Auf den Piraten. Die Piraten. Komm, den hast du. Hast du Dings nicht an? Du, ich glaube, du bist Dings. Ich hab grad gemerkt, Witterung hat das nicht an. Sonst wär das noch eine gewesen. Egal. Egal. Ich hab schon wieder ein Fail. Also wie gesagt, ich bin noch kein Problem, ich weiß nicht, ich hab für eine Bemerdung. Ich bin zurzeit noch Spaß. Hier sind wir keine Gilde, kein Plan, nichts. So, was kauf ich mir jetzt? Es gibt keine Spielgemeinde, ne? Würde ich mal sagen. Genau. Kauf ich mir jetzt den Blutschnitter, nein, ich kauf mir erst einmal Anglust-Speed. Anglust-Tempo. Dann kauf ich mir erst einmal eine Schattenklinge. Hast du schon Blutdörster? Ja. Ja, ich hab ja zwei Kills gemacht. Wann geht das? Ja. Oben, oben. Marcel, gehst du hoch? Kann mir mal hier mit dem Rückendecken? Ja, kann ich mal gut. Als ein Zweiter kommen. Kali kommt. Ich mach mich auch auf Versorgung. Na gut. Ich weiß, ich wusste es, dass wieder so viele kommen. Ich wusste es. Das hatte ich schon im Urin, ey. Das hatte ich so was von im Urin. Ich kenn das doch. Ich glaub, mal Kali stimmt. Ja, ist egal. Bin ich ja nicht, also vorleum. Ich würd sagen, wir verstehen uns hier jetzt im Busch und warten auf die, oder? Oh ja, machen wir. Marcel, mach dich mal auf die Socken zu uns, bitte. Jemand, die kämpft. Eigentlich kämpf ich ja nicht gerne. Das ist nicht kämpf, das ist ein taktisches Warten zu ihm. Okay, den ist da nicht.